Mein Name ist Peter Wanner, ich bin einer von vier Geschäftsführern bei der Waldner Laboinrichtung GmbH und CoKG hier in Wangen im Allgäu und bin hier verantwortlich, hauptverantwortlich für den Bereich Produktion. Seit Jahren steigen die Anforderungen vom Markt. Nicht zuletzt durch unsere Exportstrategie bei Waldner ist unsere Komplexität überproportional gestiegen. Mit unserer herkömmlichen, werkstattorientierten Fertigung, die auf hohe Losgrößen ausgelegt war, konnten wir diese Anforderungen nur mit großem Aufwand erfüllen. Aus diesem Grund haben wir die Reinvestitionen unserer Altanlagen für einen Paradigmenwechsel genutzt. Wir wollen unsere Möbel zukünftig im Fluss fertigen und somit eine Fließfertigung in der Möbelfertigung realisieren. Deshalb haben wir uns für eine hochflexible Losgröße 1 Anlage entschieden, damit wir auch zukünftig den Kundenanforderungen gerecht werden und unsere Ziele in Punkt Termin, Qualität und Kosten realisieren können. Wir wollen unsere Ziele in Punkt Termin, Qualität und Kosten realisieren können. Wir wollen unsere Ziele in Punkt Termin, Qualität und Kosten realisieren können. Konirmского Breast reference Konirmского Breast üzere Konirm angles Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.